Raus und es geht einfach um den Außenbecken, haben wir das eben auch gar nicht gefunden, also jetzt geht's raus. Ich finde das ist echt echt so kalt. Ah, jo, es ist windig, kalt. Ich glaube, ich kann gleich wieder rein. Ey, meine Mutter meint, Frontschmerzen sind hier schon drin. Aber oh mein Gott, das ist eine Strudel hier oder so. Ich rutsche weg auf dem Boden. Aber oh mein Gott, ne. Was? Ja, du bleibst stehen, aber es ist mega kalt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so kalt jetzt hier ist. Nein, das ist witziger, schneller, als ob du langsam. Guck mal, da kann man ja schneller. 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 Vorrutscher. Runter wieder. Wir können ja auch langsam. Okay, wieder vor hoch. Schneller, warum steuere ich das eigentlich? Du bist schwer. Ja. Ja. Wie ist es? Oh nein. Geist. Wir machen jetzt mal los, ne. Weißt du? Nein. Ab dem nächsten nicht mehr. Ja, bis jetzt nicht mehr. Also man geht ja nicht von alleine, ich mache halt gerade gar nichts. Nein, 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 nein. Oh, du Scheiße, was bist du denn? Oh, du bist du denn? Oh, du bist du denn? Ich habe das Gefühl, meine Badehose gereizt hat. Ja, komm! Das ist ja geeinigt! Was ist denn hier? Hallo! Hier geht es ja runter. Alter, oh mein Gott, was war das denn? Hey, hier ist Max, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Alles klar, da war ich grüßt gerade. Da geben wir euch noch mal was für Bar. Danke dafür. Auf jeden Fall wollen wir gleich baden gehen wahrscheinlich. Und da hab ich mal was vor. Hat was mit dir zu tun, aber das weiß ich nicht. Da kriegst du ordentlich was abgleich. Also mach dir was gefasst. Aris sieht übrigens richtig komisch aus. Die sind schon nass und wir trocken. Aber mal so eine Frage, ne? Haben wir Weihnachten? Dafür wollen wir jetzt da baden gehen. Das wäre viel cooler, weil da habe ich noch was mit dir vor. Ah, ja, okay. Vorhaben eventuell. Also ich werde es mal ein bisschen nerven versuchen, da etwas aufzumachen. Das war ein bisschen blöd, die Idee, glaube ich. Aber dafür brauche ich allerdings die GoPro. Alter, was ist das so dunkel hier? Oh mein Gott, jetzt fokussiert dich mal. Jetzt können wir Chris noch mal ganz kurz ein bisschen nerven, glaube ich, oder? Oh, 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 oh! Sie trifft mich hier voll zur Seite! Das klaffte aber nicht so wie geplant, oder? Also ich hab mir hier einen Kontakt rein wie bei mir die Idee, du wirst auf jeden Fall noch mal weiter? Oh, 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 oh! Das war das du findest, und das sieht echt mega nice aus. Mega cool aus, als ob man hier nicht mehr in Deutschland wäre, ne? Wer findest du's? Hast du schon mal ein bisschen wie Chris Ihnen ein Bikini ausgezogen? Ich hab's noch nicht geschockt. Aber ich meine, sieh zu! Ich muss einen kurzen Sturz der Kamera, so, also, zeig mal, das ist der zweite Sturz heute, ähm, machen wir, das ist doch auf, oder, es ist auf, es ist auf, war nur ein Scherz, machen wir jetzt, wir suchen jetzt hier nochmal ein bisschen Essen, Chrissy, 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 ey, was ist das, wenn wir da fahren, schnell, drehst hier, dann spielst du immer noch, Chrissy, komm her, komm, 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 ey, es ist doch nicht ernst, nach diesem kurzen Kamera, ich muss nicht herlaufen, lauf mir was zu ihr, die lautet schon weg, Chrissy, nee, ich wollte es mal ihr machen, ich trink die noch, das hier ist zu schnell, Ja, komm her, bleibst du immer weg, was ein feiges Hühnchen, ach, ne, muss auch noch hier hochlaufen, ey, kriegst du es noch zurück, ja, aber erstmal wollen wir viel was essen, obwohl, nee, Pause gibt's ja, ich zieh gleich, 2, 1, dann ist hier jetzt auch das Abendbrot, es gibt Burger und es ist irrsinnig laut, weil hier ohne Musik laut ist, hier irrsinnig laut ist, also, wir essen einfach mal, du wirst kurz zufrieden gelassen, aber, mal gucken, wie es weitergeht, ey, du isst gesund, hau rein, der schließt ja auch mal ein bisschen abwechslung für dich, ne, Badehose, nein, schön mit der Badehose weggehen, wo ist er da, da ist er virtuell ist er